so und damit ein herzlich willkommen zurück ja das hast du dir gedacht du spacko so jetzt werden wir uns jetzt mal hier den weg freischießen verdammtes volk das ist doch mal was ja volle pulle nein nein verdammte v-taste die hat wieder einer von der tastatur geklaut ich glaub's ja wohl nicht okay auf ein neues so ja jetzt ist schluss mit lustig jetzt ist aber schluss jetzt passen wir auf jetzt ist feierabend hier so jetzt haben wir alle in die luft gesprengt hervorragend so dann werden wir jetzt mal glaube ich den bunker stürmen hier ist nichts mehr da müssen wir jetzt um die ecke rum boah wir stehen wieder unter schwerem beschuss so jetzt ist er feierabend hier jetzt hat er fertig für die speckkiste meine freunde hier alter schwede hier was denn hier los okay der hat sich ausgeschossen der kleine eierkopf jetzt geht das los so du bist auffällig du auch so mein freunde erstmal nachladen und dann geht es jetzt weiter ins gefecht hier alter schwede was ist denn hier los heute ich glaub wir suchen erstmal schutz war wo sind die eierköpfe denn da geht es nicht durch feierabend hier kollegen so die hätten wir auch leck dich schön hin mein freund zum schlafen so fertig kabumm so erstmal nachladen bisschen luft holen und dann gehen wir da oben ins gefecht keine munition mehr okay wir müssen wahrscheinlich das mitnehmen super super ein schuss nur okay folgen sie ihrem trupp so weit so gut Marine entlang des kanals weiter auf die bäume achten zusammenbleiben okay so dann schauen wir mal wo wir jetzt hin müssen hier wow das war ja schon ein hartes gefecht direkt am anfang ich glaub das nächste steht uns schon bevor ist zu mein bestes ich weiß dass sie da sind so die hätten wir auch schon mal ja das ist schon klar dass sie näher kommen ich brauche feuerschutz lade nach Achtung da kommt eine granate auf dich zu wo denn nein komm die hätten wir auch wow ja ich habe aufs feuer geachtet das hätte ich besser mal nicht gemacht so ein kack jetzt sind wir schon wieder tot okay auf ein neues verdammt weiß die air force dass wir hier sind köpfe runter unsere panzer können etwas deckung bieten denn wir uns den hügel näher aber es liegt an uns die Hügel zu sichern in deckung bleiben bis sie durch geflogen sind okay wow der kann ja fliegen der bietet deckung sie kommen hier her oh okay schön hinter dem panzer her okay das sieht und neben den panzer bleiben ja okay jetzt zimmer das nächste gewehr und da wollen wir schauen dass wir jetzt schnell mal rauskommen wir kriegen hier echt einen heißen hintern alter falter so, meine Freunde Alter, warum treffen wir den? Jetzt kriegst du eine Granate im Hintern Boom, siehste Granate, Vorsicht, Vorsicht So, wo müssen wir jetzt hin? Warte ab, mein Freund, du bist völlig so Beim Eierkauf, ja, los, Andriff jetzt hier So, die werden erledigt Okay, dann können wir Das tun wir doch schon Alter Schwede, wir kommen nicht in die Höhle rein, weil der sich da schön verschanzt hat So, jetzt, mein Freund, bist du fertig? Ja, fall mal schön um und klötzsch So, Bombs, jetzt ist er weg Der ist auch weg Okay, da hätten wir uns schon mal schön durchgekämpft Entschuldigung Erstmal schön nachladen Und jetzt, glaube ich, wird es etwas kritisch hier in den Höhlen, wa? Boah Boah, die schmeißen ja dauernd Granaten Was soll der Scheiß? Ja, ich tue noch mein Bestes hier, bleib mal locker Nein, nein, nein Nein, wir sind schon wieder gestorben So ein Scheiß